Hallo liebe User aus dem UF-Forum. Ich, der Doktor der Herzen aller Hundebesitzer, habe nun eine Anfrage bekommen, wie man der Eierschalen-Userin helfen kann. Nachdem ich mir nun ihre Beiträge durchgelesen habe, muss ich einfach zur Kenntnis nehmen, dass man ihr nicht mehr helfen kann. Denn lernresistent bleibt lernresistent. Gehirnoperationen haben nur dann Erfolg, wenn man auch am Gehirn operieren kann. Nun gut, ich bin kein Zauberer, sondern nur der Doktor der Herzen, der WUF-User. Daher wünsche ich euch einen schönen Tag.